Und daher müssen wir mal schauen. Mich interessiert er auf jeden Fall, Alter. Ja, ja, Vertrauen ist, wenn es einmal gebrochen ist, ist, finde ich, immer schwer wiederherzustellen. Weil es ist ja nicht so, ähm, dass er, ähm, ja, dass sie ihn jetzt da nicht irgendwie auch schon hintergangen hat. So gesehen, sie ist ja nun doch auf der Seite, in Anführungszeichen, das Böse. Und das war die Rückseite zu etwas. Aber was? Voll, voll, voll. Ich will Flammy. Komm, komm, komm. Sehr schön. Einmal fliegen. Für Anfänger. Das war ein schöner Zeitlupe, das war cool. Ja, also, boah. Ich weiß nicht, ob ich... Ich sehe die Rebels reeling back, als er in den Rangst des Ravens plundte. Er hat zu töten die Frau er liebte. Aber er hat auch die größte Möglichkeit gehabt, die sie hatten, um den Emperor's daughter gegen ihn zu tun. Oh, Renata konnte nur lachen miserabend. Er war jetzt eine verrückte Chance, schweigend. Er hat die Ravens auf jeden Moment geholfen. Aber sie waren in Angst. Oh, Leute, entscheidet euch mal, wer angreift. Ey, das geht doch gerade scheiße ohne Ende. Ich bin gerade zu schleiße. Nicht zu schleiße, ja. Sehr schön, nochmal. Zurückgeprügelt, alter, ihr Drecksäcke. Geht doch nicht, alter. Gehe ich hier dauernd aufs Maul gerade, ey. Imagine, wenn ihr ein Haus auf einer dieser Dinge gebaut habt. Oh, das wäre unglaublich. Es wäre wie ein... ...Boot. So, schön alles im Auge behalten. Sehr schön. Stil, toll. Mangelhaft. Da kriegst du echt ins zweite Mangelhaft. Angeblich war es dabei. So schlecht war ich mich jetzt nicht. Einmal getroffen ist okay. Das war es dabei, das war es dabei, das war es dabei, das war es dabei. Und dann am Ende musste sie umbringen. Das ist schon... boah. Soon hat er den König. Wieder. Diesmal hat er ein Ende von ihnen gemacht. Er hat letzte Mal gebrochen, aber er hatte ein gutes Gefühl über diesmal. So, was passiert jetzt? Szene, wobei er kommt. Alter! Killing-Stream! Alter! Killing-Stream! Ey, 20er-Kombos? Äh, 30er-Kombos? Geil! So, was passiert jetzt? Szene, wobei er kommt. Was passiert jetzt? Zenobia kommt. Er war verhaftet. Er konnte gar nicht denken. Er wollte nachdenken. Die Rebels waren bereits fertig. Und er war der letzte. Die Ravens kamen für ihn persönlich jetzt. In Wagen. Es war nicht wichtig. Er war mit seinem eigenen Blut. Aber es war nicht wichtig. In der Distanz konnte er sie sehen. Er war nicht möglich. Er war nicht möglich. Und er konnte sie nicht mehr sehen. Er sollte zurückgehen, zu einigen der Rechte, die er vorhin hatte. Vielleicht waren es neue Wände, die sich öffnete. Wie die Türen, die er sich öffnete, überall auf der Mappe. Die ihn in neue Schmerzen und um seine Feindlichen. Und er hat nichts Neues gelernt dieses Mal. Er hat das gleiche getan, aber erwartet ein anderes Ergebnis. Ob wir jetzt zwei Mal komplett dasselbe getan haben, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber es ist schon sehr ähnlich. Beinahe aufrichtig. Das ist... Das war schon... Ich fand es brutal. So. Wir schauen uns jetzt nochmal noch die Geschichte an. Was haben wir da gemacht? Wir haben Rette... Rette Lapino. Mussten wir machen dafür. Dann... Zenobia suchen. Dann... Mussten wir den... Plan von Lapino ablehnen. Wo hier... Linnr... Steht da. Hat einer das T mit dem R-Fall zit. Knapp neben der Tastatur. Und wir dürfen Zenobia nicht vertrauen. Das heißt, wenn wir am letzten... Die ersten drei nochmal machen, könnten wir dann diesmal Zenobia vertrauen. Die Frage ist, was kommt denn raus? Fällt sie uns dann den Rücken oder nicht? Zenobia war die Tochter des verrückten Imperators, müsste da stehen. Und seine größte Generalin. Sie davon zu überzeugen, sich der Rebellion anzuschließen, könnte die imperialen Kräfte spalten und die Tiden des Bürgerkriegs wenden. Die Tiden? Die Tiefen? Oder? Er könnte ihre Beweise für den Wahnsinn ihres Vaters vorlegen. Und das gelang ihm ja auch, als sie das Abschlachten unschuldiger Bürger durch das Imperium beobachteten. Zenobia war schockiert. Sie erklärte sich dazu bereit, die Rebellenführer zu treffen. Doch Renata traute ihre Sache nicht. Vielleicht benutzte sie ihn nur, um das Imperium zur geheimen Basis zu losen. Und so brachte er sie weit von der Basis weg. Von der Lüge entzürnt und mit gebrochenem Herzen griff Zenobia Renato an und starb während des Kampfes. Renato, voller Schuld und Schmerz, führte einen selbstmörderischen Angriff auf die imperiale Flotte aus und fiel im Verlauf des Gefechts. Was für ein Held bist du? Ein Held kämpft auch dann weiter, wenn es nichts gibt, für das es sich zu leben lohnt. Ja. So. Damit hätten wir wieder eine Geschichte. Wir haben jetzt schon... Oh! Fünf Geschichten abgeschlossen. Von... Verheilung. Faster als vorher. Und er fällt. Die Flöten über den Islen des Boreas. Es war das Zeit, zu wählen. Die Rebellion war in Schmerz. Die Begräuern waren in einem Schmerzen für die secreten Rebellen. Sie mussten ein Verwanderer. Die Schmerz der Skyripper gab. Renato wussten, dass die Rebellion nicht so schlimm könnte. Aber er hat sicher, dass er der Krieg aus wie sicherlich nutzen kann. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis Stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it. To take its power without surrendering to its wickedness. On the other hand, his old friend Lupino needed rescuing. Lupino was no game changer, but could Ronaldo really leave an old friend to the Ravens? Or we will try again at the Iblis Stone. There are three different types of items. So, there is the question, what do we need? Also, guys, write down in the comments. I thank you for the attention. I wish you all a nice day. And, yeah, see you next time. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Vielen Dank.